dann bin ich wieder in den bazaar hier im fischmarkt und heute ist ja auch hier allgemeiner bazaar und hätte bald vergessen die kamera auszuholen und ein bisschen was zu filmen aber schön wie immer hier ich zeig noch mehr ist das wieder eine pracht alles herrlich aber das sieht man die stimme jetzt ein bisschen komisch anhört und ist das hier wegen der maske kürzen kürzen nicht was die kürzen hier steht kein preis haben wir mal gucken die kirchen zehn lira zehn liras ok zehn lira für ein kilo gut dann nehmen wir mit so jetzt habe ich gekauft ein halbes kilo für sechs lira kirchen aber das ist eine super qualität und hier ist das nicht super also das ist wirklich der hammer das leben ist wie vorkommen und hier waren sie waren sie zweieinhalb wieder zweieinhalb wieder der kilo also das ist wirklich der hammer das leben ist wie vor corona also es geht die post ab wir vermissen nur die bazaar stände wo es auch andere sachen gibt wir wollen ein bisschen hausschuhe kaufen und pushen aber ich nicht und da drüben ist auch alles voll mit ständen ist das ein ausglück ist das schön das treiben das bunte treiben hier das läuft alles wieder hier habe ich nie gehabt wie viel schön herrlich strawberries strawberries Erdbeeren Kilo fünf lira fünf lira das sind diese kleinen Farbe ja normal sind das schöne tomaten und Kilo drei lira Gurken Kilo zwei fünfzig herrlich schön da Tomaten die noch nicht ganz reif sind 1,50 und da drüben auch wieder diese stände mit dem Käse die Honig ein altes Eier herrlich schön wunderbar da Orangen Kilo zwei lira Melone Kilo 1,50 Trockenobst Nüsse Gewürze herrlich schön wunderbar mal gucken da so erstmal raus aus dem Gewür ist schön aber die Hausschuhe habe ich hier noch nicht gesehen das ist wohl hier ein bisschen jetzt nicht vorhanden jetzt wird noch mal ein bisschen Fisch gekauft wirst du hier kaufen oder wirst du noch weiter gucken hier hat er alles Fisch 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 ist das schön ist das eine Auswahl und auch wer jetzt auf sowas steht hier Tintenfische Krabben alles da auf der anderen Seite hier vom Fisch Obst Gemüse die Zutaten um alles zu verfeinern und Salat zu machen zum Fisch und hier der nächste Stand ist das schön ist das sehr schön ist das sehr schön sieht das cool aus so und da ist der letzte Stand und wir fahren jetzt nach Hause